Holzbau ist super, das sagt auch Zimmerermeister und Bauleiter Christoph Heinrich. Und er sagt euch jetzt, warum Holzbau super ist. Der Holzbau ist halt erstmal nachhaltig. Man hat durch den Holzbau einen absoluten Vorfertigungsgrad, den man in der Halle vorbereitet und das auf der Baustelle deutlich schneller geht. Man sieht einfach relativ zügig, wie wir Geschoss und wie Wohngebäude entstehen. Es riecht gut. Danke fürs Zuschauen. Bleibt auf dem Laufenden und abonniert unseren Newsletter proklima.de slash news. Und abonniert unseren Kanal.